Diese Bilder entstehen wenige Sekunden nach der Explosion. Hektisch versuchen Passagiere denen zu helfen, die im Inneren des U-Bahn-Wagens gefangen sind. Die beschädigte Tür des Wagens lässt die Kraft der Detonation erahnen. Im gesamten Bahnhofsgebäude sammelt sich Rauch. Was wirklich passiert ist, ist zu diesem Zeitpunkt noch völlig offen. Schnell verbreitet sich die Nachricht von mehreren Explosionen in der Innenstadt von St. Petersburg, die später korrigiert wird. Kurz darauf wird die Detonation eines Sprengsatzes bestätigt, zwischen zwei U-Bahnhöfen im Zentrum der Stadt. Die Polizei spricht zudem von einer weiteren Bombe, die entschärft werden konnte. Auch Wladimir Putin befindet sich in diesen Tagen in der Stadt. Ich möchte allen Angehörigen der Opfer mein Beileid aussprechen. Wir werden alles dafür tun, herauszufinden, was die Hintergründe dieser grausamen Tat sind. Die aber sind weiter offen. Man gehe von einem Terroranschlag aus, so die Meldung aus dem Kreml. Bislang aber hat sich noch keiner zu der Tat bekannt. Die Sicherheitsmaßnahmen in St. Petersburg sind ganz anders als in Moskau, etwas schwächer. Da steht wirklich jemand, der ein bisschen Erfahrung hat mindestens und nicht unbedingt Professionelle. Aber das könnte viele, im Russland, das könnte viele Leute sein. Nach Paris, Brüssel und Berlin jetzt also auch St. Petersburg. Ein Blutbad, das international betroffen macht. Das zeigt, dass überall auf der Welt wir einen großen Gegner haben. Das sind Terroristen und Menschen, die andere in Angst und Schrecken versetzen wollen. Wir sind mit unseren Gedanken jetzt in Russland. Dort herrscht Ausnahmezustand auf der Suche nach den Tätern. Einer der Bombenleger soll von einer Überwachungskamera gefilmt worden sein. Einer der Bombenleger soll von einer Überwachungskamera gefilmt werden.